Willkommen, liebe Wahrheitssuchende, bei Seelenkompass. Heute begeben wir uns auf eine kosmische Reise, die ihresgleichen sucht. Das Universum richtet sich auf eine kraftvolle Weise aus, und wir stehen an der Schwelle zu einer gewaltigen Transformation. Da zwei himmlische Giganten, Rücken an Rücken stehende Finsternisse, ihren Schatten auf unseren Himmel werfen, sind wir aufgerufen, uns auf eine massive energetische Verschiebung vorzubereiten. Diese Zwillingsfinsternisse sind nicht nur astronomische Ereignisse, sie sind Tore zu einer höheren Frequenz, eine Einladung, in die neue Erde Energie einzutreten. Welche Geheimnisse bergen diese Finsternisse? Wie werden Sie den Weg Ihrer Seele beeinflussen und was müssen wir tun, um diesen kosmischen Neustart anzunehmen? Begleiten Sie mich bei der Erkundung des tiefgreifenden spirituellen Erwachens, das uns erwartet, und lassen Sie uns gemeinsam die Kraft dieser himmlischen Kräfte nutzen. Die Zeit ist jetzt, die Energie ist da, sind Sie bereit für den Aufstieg? Die Zwillingsfinsternisse im September 2024 brachten einen kosmischen Tanz aus Schatten und Licht mit sich und leiteten eine Zeit tiefgreifender Transformation ein. Eine Mondfinsternis am 17. September gefolgt von einer Sonnenfinsternis am 2. Oktober signalisierte eine einzigartige energetische Ausrichtung. Diese himmlischen Ereignisse werden seit langem als mehr als nur astronomische Ereignisse angesehen. Sie sind Momente, in denen das Universum auf einen Reset-Knopf drückt. Die Struktur der Realität scheint dünner zu werden, sodass die Energien höherer Sphären freier fließen können. Sonnen- und Mondfinsternisse sind Portale. Sie durchbrechen das Gewöhnliche und geben uns die Möglichkeit, unsere innere Welt mit dem Kosmos in Einklang zu bringen. Während dieser kraftvollen Ereignisse wird der Schleier zwischen unserer physischen Existenz und etwas viel Größerem fast durchsichtig, sodass eine Zeit reif für die persönliche Weiterentwicklung ist. Mondfinsternisse symbolisieren oft den Höhepunkt alter Muster und Zyklen und bringen die Schatten ans Licht, die wir in uns tragen. Die Sonnenfinsternis hingegen markiert den Anfang, eine Wiedergeburt, die neues Licht und neue Energie in unser Leben bringt. Zusammen bieten diese beiden Finsternisse eine seltene Gelegenheit für eine Transformation im großen Stil. Doch dieses Mal haben die Finsternisse mehr bewirkt als nur eine Verschiebung der Energie. Sie haben das eingeführt, was viele als neue Erdenergie bezeichnen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Konzept, es ist eine spürbare Verschiebung der uns umgebenden Schwingungsfrequenzen, die sowohl persönliches als auch kollektives spirituelles Wachstum fördert. Es ist, als hätte das Universum ein Tor geöffnet, durch das höherdimensionale Energie in unsere Realität strömen kann. Bei dieser neuen Frequenz geht es nicht um dramatische, unmittelbare Veränderungen. Sie ist subtil, aber kraftvoll und prägt die Art und Weise, wie wir denken, fühlen und mit der Welt interagieren. Für diejenigen, die für diese Energien empfänglich sind, mag sich der September 2024 wie eine Zeit emotionaler Wellen, plötzlicher Klarheit oder sogar des Drangs nach Entrümpelung auf allen Ebenen, physisch, mental und emotional, angefühlt haben. Diese Energie drängt uns, das Alte, Schwere und Begrenzende loszulassen. Es geht darum, Raum zu schaffen, sowohl in uns als auch um uns herum, um etwas Neues und Tiefgreifendes Willkommen zu heißen. Die Einführung der neuen Erdenergie gibt uns einen Einblick in das, was jenseits der Grenzen der uns bekannten Realität möglich ist. Sie ist eine Einladung, für neue Möglichkeiten zu erwachen, unsere tiefsten Wünsche zu manifestieren und eine Zukunft anzunehmen, die sich mit unserem höheren Selbst im Einklang fühlt. Dieser Energiewechsel ist nicht nur persönlich, sondern kollektiv. Wenn Individuen für diese Frequenz erwachen, steigt das gesamte Bewusstsein der Menschheit. Die Manifestationen der Energie der neuen Erde sind oft leise, aber tiefgreifend, wie das sanfte Rauschen einer Brise vor einem Sturm. Diese Energie kommt vielleicht nicht mit Feuerwerk oder dramatischen Enthüllungen, sondern sickert auf subtile, aber unverkennbare Weise in unser Bewusstsein ein. Viele haben vielleicht emotionale Wellen erlebt, Gefühlsaufwallungen, die scheinbar aus dem Nichts kamen und uns fragen ließen, was in uns aufgewühlt wurde. Das war kein Chaos, Es war die Art und Weise, wie das Universum uns dazu anregte, tiefer zu blicken, uns dem zu stellen, was verborgen oder ungelöst war. Bei einigen war die Intuition verstärkt, ein inneres Wissen, das immer schwieriger zu ignorieren war. Es ist, als ob die Barrieren zwischen unserem Verstand und unserem Geist dünner wurden und eine klarere Kommunikation mit unserem höheren Selbst ermöglichten. Plötzlich wussten wir, was zu tun war, auch wenn es dem logischen Verstand irrational erschien. Dies ist das Flüstern der neuen Erde Energie, das uns auf einen höheren Weg führt und uns drängt, auf etwas zu vertrauen, das über das Gewöhnliche hinausgeht. Dann gibt es den überwältigenden Drang, Ballast abzuwerfen, nicht nur physisch, sondern auch mental und emotional. Dabei geht es nicht nur darum, einen Schrank auszumisten oder einen Schreibtisch aufzuräumen, sondern darum, Platz für etwas Neues zu schaffen. Die neue Erde Energie lädt uns ein, das loszulassen, was uns nicht mehr dient, alte Überzeugungen, emotionales Gepäck, die Muster, an denen wir viel zu lange festgehalten haben. Es ist ein Reinigungsprozess, eine Vorbereitung auf den Zustrom höherer Schwingungen. Indem wir loslassen, schaffen wir Platz für Neues, für die Möglichkeiten, die in dieser sich verändernden Energie vor uns liegen. Und hier kommt das Konzept der neuen Erdrealität ins Spiel. Es geht nicht nur um spirituelles Wachstum, sondern darum, in ein neues Paradigma einzutreten, in dem die Grenzen der Vergangenheit nicht mehr definieren, was möglich ist. Was wäre, wenn die Träume, die sich zu weit weg, zu unerreichbar anfühlten, jetzt in Reichweite wären? Diese Energie lädt uns ein, daran zu glauben, dass unsere größten Wünsche, unsere kühnsten Visionen nicht nur Fantasien sind, sondern näher denn je daran sind, Wirklichkeit zu werden. Bei der Energie der neuen Erde geht es nicht nur um Veränderung, sondern um Transformation. Sie fordert uns auf, dem Prozess zu vertrauen und daran zu glauben, dass wir durch das Loslassen des Alten in eine Version der Realität eintreten können, in der das, was einst unmöglich schien, nun vollständig in unserer Reichweite liegt. Die Träume, die wir begraben haben, die Potenziale, die wir ignoriert haben, beginnen sich greifbar zu machen. Diese Energie erinnert uns daran, dass wir Schöpfer sind, und die Welt, die wir sehen wollen, ist eine, die wir aktiv mitgestalten können, wenn wir nur bereit sind, die Ungewissheit anzunehmen und ins Unbekannte vorzudringen. Um die kraftvollen und oft überwältigenden Veränderungen, die die neue Erdenergie mit sich bringt, zu bewältigen, sind Erdungspraktiken wichtiger denn je. Meditation zum Beispiel dient als Anker im Sturm der Transformation. Sie ermöglicht es uns, den Geist zur Ruhe zu bringen, den Lärm der Außenwelt auszublenden und uns wieder mit dem tieferen Puls unseres Seins zu verbinden. In diesen Momenten der Stille können wir die Präsenz dieser neuen Energie deutlicher spüren, und hier spricht unsere Intuition am lautesten. Zeit in der Natur zu verbringen hat eine ähnliche Wirkung. Die Energie der Erde wirkt beruhigend und stabilisierend und bietet einen Zufluchtsort, an dem wir uns wieder mit den natürlichen Rhythmen des Lebens verbinden können. Barfuß auf dem Boden zu gehen und die Luft der Wälder einzuatmen, diese einfachen Handlungen erinnern uns daran, dass wir, auch wenn sich der Kosmos verändert, in diesem Moment unterstützt und geerdet sind. Die Energieverschiebungen im September 2024 haben mehr als nur Emotionen geweckt, sie haben das spirituelle Wachstum auf eine Weise beschleunigt, wie es viele noch nie zuvor erlebt haben. Diese Periode löste die rasche Aktivierung von Energiezentren jenseits des Kronenchakras aus und öffnete Türen zu höheren Bewusstseinsfrequenzen. Diese Energiezentren, die oft als unsere Verbindung zum göttlichen oder zum universellen Geist bezeichnet werden, ermöglichen uns den Zugang zu einer Weisheit, die unser irdisches Verständnis übersteigt. Es ist, als ob unsere spirituelle Entwicklung beschleunigt worden wäre und uns schnell in neue Bereiche des Bewusstseins und des Verständnisses führt. Dieses beschleunigte Wachstum ist nicht ohne Herausforderungen, aber es ist zutiefst transformativ und treibt uns zu unserem höchsten Potenzial an. Und in dieser Zeit erhöhter Energie wird die Intuition mehr als nur eine subtile innere Stimme, sie wird zu einer Superkraft. Die Fähigkeit, sich auf unsere Intuition einzustimmen und der Führung unserer inneren Weisheit zu vertrauen, ist ein Geschenk, das viele jetzt entdecken. Es reicht nicht aus, diese Veränderungen nur zu spüren, wir sind aufgerufen, sie aktiv mitzugestalten. Das bedeutet, unsere Handlungen, Gedanken und Überzeugungen mit den Wünschen unseres Höheren Selbst in Einklang zu bringen. Es geht nicht mehr darum, auf die Welt um uns herum zu reagieren, sondern unsere Realität bewusst in Harmonie mit diesen neuen Frequenzen zu gestalten. Wenn wir uns auf diese Energie ausrichten, erschließen wir einen größeren Fluss, in dem die Manifestation fließender und natürlicher wird. Wir beginnen, aus einem Zustand der Klarheit und Zielstrebigkeit heraus zu erschaffen, und lassen uns von unserer Intuition zu Entscheidungen führen, die tief mit unserem spirituellen Weg in Einklang stehen. Indem wir diese K.O. kreative Kraft annehmen, treten wir in unsere Rolle als bewusste Schöpfer ein, verweben unsere Wünsche mit dem Gewebe dieser neuen Realität und gestalten die Welt um uns herum mit Absicht und Anmut. Inmitten dieses tiefgreifenden Energiewechsels sind die Zuhörer eingeladen, kleine, inspirierte Handlungen zu unternehmen, Schritte, die oberflächlich betrachtet unbedeutend erscheinen mögen, aber die Kraft der Transformation in sich tragen, wenn sie mit dem Fluss der Energie der neuen Erde in Einklang gebracht werden. Dies ist keine Zeit für passives Abwarten, sondern ein Aufruf, sich aktiv mit der Energie, die uns umgibt, auseinanderzusetzen. Jede Handlung, egal wie klein sie auch sein mag, ist eine Form der Mitschöpfung. Ob es darum geht, Tagebuch zu führen, seine Wünsche zu visualisieren oder einfach nur Platz in seinem Leben für etwas Neues zu schaffen, diese Handlungen wirken wie Samen, die in fruchtbaren Boden gepflanzt werden und darauf warten, in dieser neuen energetischen Landschaft zu blühen. Wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, beginnen wir, uns tiefer mit dem höheren Selbst zu verbinden, der wahrsten, authentischten Version dessen, wer wir sind. Dieser Aspekt von uns selbst war schon immer präsent, aber jetzt, da alte einschränkende Muster losgelassen werden, wird er zugänglicher als je zuvor. Das höhere Selbst ist keine ferne, unerreichbare Gestalt. Es ist die innere Stimme, die uns die Wahrheit zuflüstert und uns ermutigt, unserer Intuition zu folgen und mit einem Ziel vor Augen zu leben. Wenn wir die Schichten der Angst, des Zweifels und der überholten Überzeugungen abwerfen, schaffen wir Raum für das höhere Selbst, das uns führt und uns zu einem Leben führt, das besser mit den tiefsten Wünschen unserer Seele übereinstimmt. Und dieser Wandel geschieht nicht in Isolation. Es besteht das Gefühl, dass die Menschheit als Ganzes an der Schwelle zu einem monumentalen spirituellen Durchbruch steht. Wir sind Zeugen der frühen Phasen eines kollektiven Erwachens, einer Bewegung hin zu einem höheren Bewusstsein, das über die individuelle Erfahrung hinausgeht. Die Energie, die durch diese Finsternisse strömt, die Schwingungen der neuen Erde, wirken als Katalysatoren für dieses Erwachen und laden uns alle ein, gemeinsam aufzusteigen. Je mehr Menschen sich mit ihrem höheren Selbst verbinden, desto mehr breitet sich der Welleneffekt im Kollektiv aus und hebt das spirituelle Bewusstsein der Menschheit an. Dies ist eine Zeit mit großem Potenzial, in der lang begrabene Träume wieder auftauchen und die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen sich aufzulösen beginnen. Das Auftauchen des höheren Selbst, sowohl individuell als auch kollektiv, signalisiert, dass wir in ein neues Zeitalter eintreten, eine Zeit, in der spirituelles Wachstum nicht nur eine innere Reise, sondern eine gemeinsame Entwicklung ist. Wir sind Mitgestalter dieses Erwachens und die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, werden den Weg für alle ebnen. Während wir an der Schwelle zu dieser kraftvollen Transformation stehen, sollten wir uns daran erinnern, dass die Energie, die durch uns fließt, kein Zufall ist. Sie ist eine Einladung, ein kosmischer Ruf, in unsere Kraft als bewusste Schöpfer zu treten. Die Veränderungen, die wir jetzt erleben, sind keine isolierten Momente, sie sind Teil eines größeren Wandels des Erwachens. Jede kleine Handlung, die sie ausführen, jeder Moment, den sie wählen, um sich mit ihrem höheren Selbst zu verbinden, ist ein Faden, der in das Gewebe einer neuen Realität eingewoben wird, einer Realität, die die tiefsten Wünsche ihrer Seele widerspiegelt. Bei dieser Reise geht es nicht darum, ein endgültiges Ziel zu erreichen, sondern darum, jeden Schritt mit Absicht, Vertrauen und Offenheit zu gehen. Das Höhere Selbst erwacht und mit ihm ein kollektives Erwachen, das das Potenzial hat, die gesamte Menschheit zu erheben. Wir sind in diesem Prozess keine passiven Beobachter, sondern aktive Teilnehmer, die die Zukunft mit jeder Entscheidung, jedem Gedanken und jeder inspirierten Handlung gestalten. Die Energie der neuen Erde ist hier und bereit, sie zu unterstützen. Jetzt ist es an der Zeit, loszulassen, was nicht mehr dienlich ist, auf die innere Führung zu vertrauen und den nächsten Schritt auf ihrem Weg zu gehen. Das Universum richtet sich zu ihren Gunsten aus, sind sie bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten? Bis wir uns wiedersehen, vertrauen sie auf die Magie ihrer Reise und wissen sie, dass sie bei dieser großartigen Entfaltung der neuen Realität nie allein sind.